Hallo und Willkommen zu Lonestar. Wir spielen Valkyria Chronicles und wir sind bei War Without Weapons, die Dachshund hunt. Hier ist Ihr Mission Brief. Wir haben ein Fix auf die Location der Imperial-Squad für die Dachshund-Hunts. Ihr Squad wird die Position auf dem Weg. Once you see them, pounce. Wipe out the entire Squad. The objective is to neutralize every last Imperial soldier. Don't let any of them get away. If even one survives, it's only a matter of time before they find others and come back. Even one survivor will mean mission failure this time. You of all people should know these people must be stopped. Also, no prisoners. So, dann positionieren wir uns mal. Wir nehmen Alicia mit. Aika. Rosie ist schon gesetzt. Dann nehmen wir Weiß. Alex. Lago. Diploi. Wenn es keine Fragen gibt, dann starten wir uns. Ich wünsche Ihnen gute Glück und froh, zu Hause. Die Dachshund-Hunts enden hier und jetzt. Squad 7, raus. Okay. Pauli. Gut, dann fangen wir mal an und fahren zuerst mit Shamrock, dem Berg hoch. Das ist einfach ein kleiner süßer Panzer, leider ist die Fahrzeugsteuerung sehr schwammig, er schwimmt richtig, deswegen müssen wir hier vorsichtig fahren, wieder hängen geblieben, so, okay, So, dann Panzer Nummer 2. So, ja? Who are these guys? Found us an enemy. Enemy sighted. You should be able to use those rocks for cover. Please focus on making careful decisions. Come in, come in. Gut. Dann nehmen wir mal AI-Anbisher. So, lassen wir den erledigen. Don't even think of dodging. Please hit. Push forward. Hm. Hm. So, gut, dann ist erstmal weiß dran. Leave it all to me! Da haben wir einen, der Vorteil vom Flammenwerfer ist, dass er auch Truppen niederkämpfen kann, die im versteckten Gras liegen. Der ist tot und weg, du Idiot. Get in unseren Weg, und wir werden alle zu glücklich, um dich nach deinem Leben zu senden. Wir werden die Leute, um ihn zu verbringen. Wir haben ihn nicht. Wir haben die Schatz, um ihn zu verbringen. Wir haben die Schatz, um sie zu verbringen. Wir haben sie zu verbringen. Wir haben sie zu verbringen. Ein Sniper-Elite. Gut, dann nehmen wir erstmal Alex. Just leave it to me! I hope these stains come out. We'll be there in a minute. Hold out till then. Gut, dann nehmen wir den ins Visier. I did it! You're doing well. Just keep it up. Stay calm and get it done. Gut, dann sind wir jetzt mal dran. Und fangen wir an. Mit Aika. No problem, Boss. I see one! They could be hiding anywhere. Please be careful. A nice sniper? Perfect! Man down. Everybody be careful. I see one! Check your ammunition stores! I see one! Moving out! There's Alicia. Why risk your hide for some dark hair? There's those who rule and those who obey. That's the way this world was made to be! Hm. Und dann gehen wir hier mal in Deckung. Da hat ein Lancer auf uns geschossen. Den Hammer! Gut, dann fangen wir mal an. Mit Alicia. Resist Trossfire. So, und dann... Feuer. Packen wir sie mal hier. Dann nehmen wir mal Alex. Alex. I'm on my way now. Take this! Oh. Leave it all to me! Damn, punk! Ah, who are these guys? They just won't go down! We've got no choice. Pull out. Everybody get out the best you can. You know where to meet up afterwards. Once we all get there, the hunt's on. Smug bastards. They're making plans for their next hunt before they're even out of this. Sevens, we're hunting these cowards right back. Don't let a single one of them go! Frontlines, return fire! So, dann schauen wir mal weiter. There's another one! Angeblich sollen wir das in zwei Runden beenden können, aber ich glaube, das werde ich nicht schaffen. Hm? I'll take care of it! Ah, Flammenwerfer. Dance, punk! I'm impressed, but not surprised. There's another one! Leave it all to me! Nice! And Flammenwerfer. Hahaha! Yeehaa! Nice work! Keep taking them down! I think we just don't go further away. I can't move! Help me! Jetzt haben wir hier noch einen, da noch einen und hier wird noch einer gesteckt sein und hier ist auch noch einer. So viele Züge haben wir aber nicht mehr. Oh das hat nicht gerecht. Ah, dann nehmen wir mal in. Ich hoffe, dass die Sten rauskommt. Try zu streiken sie zuerst. Oh, das hat nicht gerecht. Auf dem eine Granate. Und gute Nacht. Ah, der robbt sich davon. Und der abhauen, die Sau. Oh. 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 One of those Imperials is getting away. Hurry up and catch him. Warum die nicht schießen, weiß ich natürlich nicht. Meine Alicia war direkt dahinter. Sehr seltsam. Sehr viel. Uh. Um. Oh. Wie war das mit dem abhauen? Mistkerl. Sie sind sehr gut, nur noch zu halten. Use diese Röcke für die Aufmerksamkeit, als Sie gehen. Meine Zeit, okay? Ah, hören wir mal Edelweiss. Wir haben ja die Punkte. So, was war's für die? Oh, was war's für die? Ich hoffe, diese Stains entstehen. Bereit oder nicht? Operation Complete. Ja, wie gesagt, man sollte es auch in zwei Zügen schaffen, aber ich habe es nicht geschafft. Macht an AnthroDarksonHunting Combat Report. Base Results 18.880 Experience. Rang A für drei Züge 37.760 Punkte, 1.000 für 4 Leader, 1.000 für ein Ace und 1.000 für zwei Medium Panzer. Macht zusammen 59.640 Experience und 126.600 DCT. Und wir haben einen Flammenwerfer. VBFW 2G. Du lebst in diesem Stadt, Kind? Wo ist deine Familie? Die Imperioren, die vorhin zu diesem Stadt kamen, haben sie meine Eltern. Das ist schwer. Warum haben sie alle... Warum haben die Leute uns nicht gefühlt? Wer werden wir immer noch nicht gefühlt? Ich erzähle dir was. Meine Stadt wurde auch verletzt. Wirklich? A whole bunch of Darksons live near me, see? And they burned the whole place down. My mom and little brother died in the fire. After that, I started hating Darksons, too. Figured if it weren't for them, you know? But a good friend showed me I was all wrong. She was the first real Darksons friend I had. Was she like? How'd you become friends? She was real stubborn, but... She was true. Kind and honest. And strong to the core. But... She and I were off fighting the Empire and... She got killed. Oh. Building a world where Darksons and everybody else got along was always her big dream. I figure... Now it falls on me to make sure that happens. Do you know a way to get people not to hate us? If so... Please, please tell me. I wish I did, kiddo. All I know is... How to get things done my own way. Wanna know my plan? When this war's over, I'm gonna be a singer. A singer? Yeah. Songs sound the same to folks of all kinds. The feelings behind them get through. I'll keep singing until her dream comes true. That's my way of making her world happen. You should figure out your own way, kiddo. How I'd change the world? Well... I gotta get going. Take care, kid. You too. Thank you very much. Isara. I got something to report to you today. A while back, when we went to stop the hunts, I met a boy who'd lost his parents, right? Well... He sent me a letter. Said, once I got to sing again, he'd come listen to me. Good taste for a little squirt, huh? And he says he wants to become a doctor. Says that's his way of changing the world. I'm not promising miracles, but... We'll try. Bit by bit. You just watch. Take it easy, Asara. I'll come again soon. Wait... ... Das war also der Einsatz von ihr. Wir haben eine Hunting-Party aufgehalten. Schau mal. Äh, Rosie. Okay. Geben wir Weiß mal den Besseren. Uh. Oder ne, doch, doch vielleicht Rosie. Da müssen wir sie aber mehr einsetzen. Sehr schön. Dann gehen wir mal trainieren. Ich habe keine Worte für Tears. Sweat, Sweat, Sweat. Good work, maggots. Du bist ein Level closer zu Menschen. Looks wie das Session wird ein neues Potenzial aus den Engineers. Session. Auf jeden Fall. Dann schauen wir mal weiter. Dann schauen wir mal weiter. Lost with a victory. Machen wir aber nicht mehr heute. Machen wir an dieser Stelle lieber ein kleines Bäuschen. Und ich hoffe es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. In der nächsten Mal. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Vielen Dank.